wie leise die geht es kann auch leise gehen was kannst du erst machen wenn du das auch geskält hast ah ja es passiert noch nichts erst über den knopf drücken der spritz hast du nicht gesehen oder doch das habe ich gesehen ja ja kann man mal machen das ist grüdelig aus aber es gibt überrechte das zu essen ja klar guck hier fehlt noch ein bisschen flüssig halt ne die müssen wir jetzt suchen so sieht die scheiße aus und dafür brauchen wir fünf stück vier stück ja dann wo gehen wir lang links rechts links da ok dann wird lustig also was man echt nachzubauen der welt bestimmt geht zu lacht jetzt nicht stimmt es ist ja alles in einer riesen Halle ich habe Bock das nachzubauen ich glaube da gibt es genug Leute für ich glaube da gibt es genug Leute für ja fast aber sehr dunkel jetzt in jedem Raum gucken ja oder war eine bombe oder sind du typ und wer hat es zu YouTube jetzt ist kein Lärm machen ne und warum hättest du eine Flasche in der Hand ey so ist es ich doch nicht guck guck mal der hat kein Bein hast du wahrscheinlich gedacht ich krieg das nicht mit ein bisschen mh das ist ja alles und auch nichts ja alles hast du eine Spritze gesehen mhm die war hinter dir ich habe hinter mir keine Augen also man merkt es teilweise dass du kaum auf Flut achtest ja ich bin du spielst sowas nicht auch nicht da sind so viele da sind ja so viele Dinge auf die man achten muss da muss ich unbedingt so du kannst du musst es ja nicht mitnehmen aber es hat praktisch auch gar nicht nein so klar ja klar ich renne auf einmal dazu dass alle kommt hinterher ja ich mach mal die Tür zu ne ich mach mal die Tür zu ne du lebst doch oder ja ok gut da kommt jemand mit Dings da kommt jemand mit Dings ja lecker hier gehen wir doch gerne schwimmen oh kacke ey sie kommen sogar zu ach du scheiße Frage bestätigt ja die selben ha du hast Psychose oh oh habe ich gesehen oh mein kass ich weiß jetzt schon nicht mehr wo ich bin wir brauchen noch viel von den Scheiß äh ich habe eins ich habe eine Flasche von den guten Zeug was denn ich mal leise sein ne ja ja klappern wird sehr gut ich klappe so nicht ich höre eine Kopie du kannst mich du kannst mich du kannst wo gehst du nach Haus ich glaube wir rennen falsch hä wir brauchen unbedingt ne Map was hast du was hab ich in welchem Raum bist du seitdem wir jetzt gelandet also da kann man durch ja das ist wahrscheinlich richtig jetzt auf Risiko weiter suchen nun aber ohne drauf zu gehen und dann verlaufe ich mich wieder ach wo müssen wir denn hin das auch das auch mit jemandem vorne wo ach nee das sind die Kinder die sich schrönen einfach Kinder als Monster beleidigt das haben sie gehört Rache der Kinder jo noch welche gleiche ist es ja geil wa du willst sie mal trinken ist ja deutlich fertig Aber du kannst ja gerne probieren. Ja, gerne. Okay, let's go. Wir brauchen mehr Leichen. Ach, niedrig. Oh, TNT. Aua. Ich hab Abstand gehalten. Ach, scheiße. Nicht der schon wieder? Oh, kacke Sackgasse. Willst du die mal ablenken? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja, das ist eine gute Frage. Oh, ja. Ich hab'n abgelenkt. Ich seh's. Oh, kack, die tust du zu. Alter, nur ne Sackgasse. Okay, versuch deine Psycholo... Oh Gott, ne, ist ja dunkel. Oh, ne, Gollum. Die Alte, ist so nervig. Lauf dir ein Leben. Wo gibst du's im Angebot? Die will ja wischen. Perfekt. Und die labert da drüber, dass sie sich umbringen will? Der macht's doch. Oh, jetzt kommt die Spruchte schon wieder. Oh, versuch dich hier nicht zu verlaufen. Oh, ne, nicht der Typ schon wieder. Ach, scheiße, ich dachte, ich bin vorbei. Wo bist du? Äh... Am sterben, und du? Ha, ich hab' Bleiche. Geh weg. Das ist meine. Kaufe dir einer, aber geh weg. Aua. Oh, das Ding ist so nervig. Wo geht's nochmal raus? Na hier. Meine Ausdauer. Hast du zugemacht? Nee. Ich glaub, ich bin nicht down. Quatsch. Pass auf, du sind da drin. Hau ab. Ja, ja, habt ihr euch auch lieb. Das ist das Nervigste. Oh, jetzt hab ich ne Kopie, und ich hab die nächste Bleiche gefunden. Mann, bin ich gut. Also, wenn dafür keinen A mit 10 V Plus gibt, dann versteh ich auch nicht. Ja, aber da bist du raus. Ich weiß. Das war nicht meine Intention. Kannst du dich ja mit dem Einschwerden da? Oh, ne, Kopie. Ey, die Ausdauer ist doch so schnell im Arsch. Ah, ne. Wie viele haben wir jetzt? Vier. Okay, und das Letzte müssen wir jetzt raten. Also rechts, links. Und da in den Mitteln haben wir schon was. Jetzt kommt sie stets hier rum. Ich bin 10 Meter von dem Entfernen, das trifft ich trotzdem. Oh, ne, nicht der. Sie steht auf dich. Sind sie? Ja. Ach du Scheiße. Oh, sorry. Warte, ich war auf. Komm mal rein. Warte, ich muss eine Runde laufen, dann komm ich weiter. Okay, mach dir mal zu, bitte. Okay, cool. Abhaut. Klasse. Ich probiere alle Müsse aus. Das habe ich. Noch Dings gefunden. Nee. Oh, kacke, da ist er. Da ist er der Nächste. Ich finde, der geht voll. Dafür, dass er kaum da ist. Ey, ich brauche eine Leiche. Die nächste Leiche. Und ein Gegengift. Sorry. Sag mal, bist du blöd, ey. Ich mache halt immer die Tür zu. Du musst ja sagen, dass du hinter mir bist. Ich dachte, du siehst es. Wie, woher? Oh. Das dritte Mal einfach. Das ist so eine Angewohnheit. Oh, Scheiße. Gut, du. Man soll halt immer abschließen, damit die Monster nicht reinkommen. Ich bin ja. Aua. Ah, der ist so nervig, Alter. Ja, cool. Jetzt lässt du mich einfach mit dir mit draußen alleine. Wer ich? Ich, ja. Nein, ich bin mit dem hier drinnen. Meine Tee-Party. Komm mit. Oh, Sack ist denn da noch nicht. Oh. Was ist so? You dead? No. Alter, jetzt reicht's doch. Nee, den kriegen wir nicht auf. Was haben wir hier drinnen? Was ist wichtig? Oh, Kacke. Vielfalt vorfuhren. Ich chill mal da unten hier drinnen. Mach mal. Oha. Geh weg. Was ist denn, Basterd? Hätte ich denn noch markieren, ja. Du hast eine Spritze, oder? Mhm. Nein. Einen nach dem anderen, Alter. Es wird ja immer besser, ey. Ist der weg? Na egal. Mit dem Zucker hätte ich dich sowieso wieder überleben. Ah, da kommt der mit angekrabbelt. Ich sehe gar nichts. Ohne dieses Licht. Na, auch am Leben? Ja. Wie warst du halt tot? Auch ganz entspannt so. Cool. Lauf. Oh nein. Ich lieb's doch. Ich lieb's doch. Ich lieb's doch. Ich lieb's doch. Wo geht's denn da hin? Ohne. Haki, auf der Seite gibt's schon mal nichts. Jetzt ist die Frage, wo ist die Mutter? Oh, ich hör doch wieder irgendwas. Deine Kopie? Ich glaube, nee. Gerade. Könnte es noch sein? Das ist immer der letzte Scheiß, den man suchen muss. Immer extra schwierig gemacht. Ich denke, unten ist wieder irgendwas. Weil siehst du, sind wir eigentlich überall durchgegangen. War aber links schon? Nicht so ein Lärm machen. Sag dir Richtige. Ich darf das. Nope, hier wollen wir nur nicht. Also mit der Blinde. Oh, nur Scheiße. Ey, das kannst du verwenden jetzt. Was? Das da. Also wenn du deine Fähigkeit sozusagen verbraucht hast, dann hast du ja so ein Cooldown, ne? Scheiße. Und damit sozusagen nicht. Damit kannst du dich direkt wieder aufladen. Wo bist du denn jetzt hin? Ich bin direkt neben dir. Ach so. Ich hab mich keinen Meter bewegt. Kannst du das ausprobieren. Ich hab aber keinen Cooldown gerade. Aber ist deine Heilung voll? Ja. Also dieses Gerät? So, und jetzt kannst du das Ding verwenden und das läd er instant wieder auf. Ach du, Scheiße. Was ist denn da hinter mir? Ja, der Blinde. Aber die wichtigste Frage von allen ist, wo ist die scheiß Bleiche? Ich hab sie gefunden. Ich guck mal, wer jetzt da hinkommt. Nach oben. Lebst ja noch, ne? Prost. Prost. Sein. Wie? Gleich. Ja, äh. Ich hab eine Treppe gefunden. Cool. Benutzt? Na toll. Bin es denn hinter mir? Kein Lärm machen, der Typ ist hier, also der schnarcht. Was ist es, wenn der aufwacht? Na ja, dann schreit er so und wir können nicht, ey, wir können uns nicht bewegen. Ach so. Das ist er, dieser. Und das ist jetzt schlimm, wenn hier uns Feinde sind. Wir können uns attackieren in der Zeit. Aber an sich greift er uns nicht an. Oh nein, seine Kopie. Ich hab richtig gesehen. Geh mal weg. Die läuft wirklich zu dir hin. Follow me. Danach muss er wieder abhauen, nach Hause. Nach Hause telefonieren. Up home. Wollen wir es mal lang? Ich seh, ich seh einfach nichts. Mach mal Augen auf, hilft. Jo. Hast du Batterien? Jo. Ist deine leer? Jo. Ich meine auch gleich. Wir müssen es halt nur noch, wir müssen es halt nur rausschaffen. Warte mal, ich schmutz mir immer dieses Adrenalin. Und dann nehme ich das Zeug. Au. Und dann laufe ich weg. Aber wohin? Ah, hier dann. Nee, falsche Seite. Au, du Hund. Mein Gott, der ist so... Ey. Ich kann das nicht greifen. Hau mal ab. So eine Schuchtel. Ich hole die Bleise. Oles. Ola. Lauf. Lauf. Ich hab' gefühlt nur noch 10 HP. Okay, wir müssen es gleich mal heilen. Oder wie sieht's bei dir aus? Ja, chillig. So, jetzt gibt's... Ja, wie nennen wir die denn? So, es ist super auf der Welt. Tagessuppe. Nicht ablesen. Oh, jetzt erwähnen wir mal die Scheiße. Komm, isst du auch mit. Kommt da überhaupt was raus? Sieht lecker aus. Wie kommen die Stücke da rein? Die kommen doch da nicht durch. Eigentlich. Da hab ich mich gerade auch gefragt. Oder war die Stub vorher drin? Endlich nicht. Wir haben sich noch nicht mal was... Oh, ne, die Kacke. Oh, die Mutter. Die, die keiner mag. Oh. Ähm. Irgendwann zu mir. Hab' ich es gesehen. Oh, was? Sag doch, das wird der Baby. Oh, moin. Schiss. Aber der Weg zurück ist relativ kurz. Bist mal am Leben, ja? Ja, ja. Hau ab! Der ist ja noch nicht dein Zug. Ah, jetzt. Oh, jetzt bin ich aber... Nein! Doch. Warte, ich komm nochmal zurück. Bist du auch hingerichtet? Eieieieieieiei. Du hast es nicht geschafft. Hau mal ab! Hau mal! Hast du die gerade selber weggestoßen? Ne. Sah gerade so aus. uire sind krass, dass das geht. Äh, das bringt leider nichts, wenn du da reingehst, weil du wirst nicht spawnden. Hau ab! Dutt. okay lauf 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 jetzt hättest du nämlich eine 6 bekommen und hättest gar keinen also du hättest die mission gar nicht gut geschrieben sozusagen